Aus dem kleinen Haus schaut ein Mann heraus. Wohnst du denn da ganz allein im kleinen Haus? Oh nein, oh nein! In dem kleinen Haus, das weiß ich ganz genau, schau nicht nur ich heraus, nein! Da ist auch meine Frau. Begrüßungskuss? Ja, noch ein Begrüßungskuss. Die mögen sich halt.